Die Weihnachtszeit rückt näher und ihr wisst ja, ich liebe Weihnachten bzw. auch die Zeit drumherum. Es ist immer alles so gemütlich und so schön und deswegen hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ja, das erste Adventskalendertürchen, es geht wieder los. Ich möchte direkt vorweg sagen, dass die Adventskalendertürchen entweder auf meinem Haupt- oder auf meinem Zweitkanal kommen. Würde euch natürlich damit gerne auch auf meinem Zweitkanal aufmerksam machen. Wir nähern uns mit ganz, ganz langsamen Schritten den 100.000 Abonnenten. Das ist auch vollkommen in Ordnung und das kann auch noch sehr, sehr lange so gehen. Mir geht es eher darum, dass auf dem Zweitkanal auch immer ziemlich coole Videos kommen, wie zum Beispiel manchmal Rainbow, Counter-Strike, Ghost Walk, Golf It. Eigentlich alles, was auch auf dem Hauptkanal kommen könnte, kann auch auf dem Zweitkanal laufen. Wenn ich halt auf dem Hauptkanal zu viele Videos habe, laufen sie auf dem Zweitkanal und deswegen wird der Adventskalender, ja damit man auch ein bisschen suchen muss, auf dem Hauptkanal und auf dem Zweitkanal so ein bisschen aufgeteilt. Im Adventskalender geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich euch Sachen zurückgeben kann bzw. dass ich euch Sachen schenken kann und ich hoffe, dass sie alle noch vor Weihnachten ankommen. Ich habe viele meiner Partner angeschrieben und auch andersweitig Kollegen, die ich so kenne, ob man da was machen könnte, ob ihr auch was in den Kalender packen wollt und das haben eigentlich alle zugesagt, weshalb der Kalender super voll ist mit unterschiedlichen Sachen und das finde ich ziemlich nice. Da sind super, super coole Sachen dabei und ich hoffe, dass einfach irgendwie alles an jemanden noch kommt, der das auch gebrauchen kann. Und das hier ist Adventskalendertürchen Nummer 1 und aufgrund von neuesten Vorkommnissen wisst ihr ja auch, dass wenn man zum Beispiel seinen eigenen Kram bewirbt, dass man das als Werbung kennzeichnen muss. Und da im Adventskalender auch immer zusätzlich oft noch Merch mit drin ist, habe ich jetzt einfach unten links Werbevideo drin stehen. Also ich bekomme hierfür kein Geld, also nicht direkt, aber wenn ihr zum Beispiel einen Merchartikel von mir kaufen würdet, kriege ich ja theoretisch ein bisschen Geld und deswegen wird das ab jetzt einfach markiert. Für uns ist das ja kein Problem, ich mache so viele PPs oder sonstiges, dass ich, ja, ihr wisst das eigentlich und ich mache da keinen Hehl drum. Es gibt keinen Grund, das irgendwie verstecken zu wollen. Ich liebe meinen Job und ich will das noch so lange machen können wie möglich und ja, das ist einfach kein Thema, Leute. Also unten links Werbevideo. Schön, ja, passt ja da zum Schnee. Naja, darum soll es aber nicht gehen. Trotzdem, erste Türchen. Es ist das erste Türchen und wir fangen direkt nice an. Ihr kennt ja vielleicht, ich erzähle immer oft von ihm, den Johannes von Linecast. Johannes kenne ich jetzt auch schon ewig lang. Ich bin auch schon super lange bei Linecast und deswegen fangen wir auch mit Linecast an. Denn ganz frisch rausgekommen ist unter anderem, ja, es ist extra oben links, weil rechts ist noch Platz, ja, ist die LK200, die neue Tastatur von Linecast. Sehr kompakt, also wenn ihr das auch da schon seht, wegen keinem Nummernblock und so auf dem Bild. Eine sehr kompakte Tastatur mit der Hintergrundbeleuchtung, LED, die leuchtet nicht nur auf dem Bild so krass, ja, die leuchtet wirklich super bunt und ist halt sehr plattsparend. Also ist eine schöne Tastatur, ich habe sie hier zugeschickt bekommen. Ich wollte sie nicht auspacken und fotografieren, deswegen habe ich ein Bild aus dem Inland genommen, weil die soll ja einer von euch bekommen und ich liebe es, wenn Sachen noch original verpackt sind. Ja, ich hasse es, wenn sie schon ausgepackt wurden. Ja, Grüße gehen raus an gewisse Supermärkte, also nicht Supermärkte, aber ihr kennt, vielleicht kennt ihr auch einen Laden, der alles verkauft, ja, einmal hin und, ne, und da, wenn man da ein Computerspiel kauft, dann muss man zur Kasse gehen und geht dann zu so einem Infoschalter, also man geht mit der Hülle zur Kasse und geht zum Infoschalter und bekommt dann das Spiel. Das heißt, es war schon offen und ich hasse das, ich liebe original verpackte Sachen. So, Random Story, ja, ist egal. Auf jeden Fall, die neue LK 200 ist draußen. Schickes Teil, ja, ihr könnt in der Weihnachtszeit auch komplett bei Linecast rumstöbern auf der Seite, den findet die, ja, genau, unten in der Videobeschreibung. Nein, ihr findet die Seite zur Linecast unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode DALU-Card könnt ihr da alles momentan mit extra 10% Rabatt kaufen. Gönnt euch einfach, schaut euch mal um, ja, das ist es ja, ja, einfach mal ein bisschen die Linecast-Seite durchstöbern, die haben ja mittlerweile auch alles. Ich benutze es ebenfalls noch, meine Linecast-Tastatur und Maus und ich freue mich schon, oh, darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich schon auf zukünftige Sachen von Linecast. Sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob das offiziell ist. Ähm, Johannes, hau mich nicht. So, auf jeden Fall, die LK 200 von Linecast, die habe ich einmal zugeschickt bekommen von Johannes, zum Verlosen, also für euch und, ähm, ich hatte mir lange überlegt, wie ich das mache. Mache ich das wieder über die YouTube-Kommentare? Mache ich das über eine E-Mail-Adresse? Mache ich das irgendwie? Es ist alles, es ist alles unglaublich schwer. Ich hatte letztes Jahr, habe ich acht Sachen neu, also achtmal musste ich neun Gewinner ziehen, weil der alte Gewinner nicht geantwortet hat. Deswegen ist YouTube-Kommentare unglaublich schwer, weil die Leute in ihr Postfach gucken müssten. Und das ist umständlich auf YouTube und unübersichtlich. Einfach richtig schlecht. Deswegen wird es diesmal oft auch über Twitter gehen. Ich will die YouTube-Kommentare nicht auslassen, aber ich denke, ich möchte auch Twitter so ein bisschen damit einbeziehen. Also der Trick wäre es, Leute, wenn ihr die Tastatur braucht oder wenn ihr sie haben möchtet, ja, dann lasst mich das wissen. Schreibt mir unten in die Kommentare einfach euren Twitter-Account-Namen rein. Also schreibt von mir aus gerne Twitter, Doppelpunkt, Leertaste, ja, und dann euren Namen, damit ich euch dann theoretisch auf Twitter anschreiben kann. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann kann ich euch eine PN einfach schreiben. Dann bekommt man das auf jeden Fall mit. Und das wäre mit Abstand am einfachsten. Ich würde natürlich trotzdem die Kommentare mit einbeziehen. Ich weiß nicht, jeder möchte Twitter haben. Nicht jeder hat Twitter. Und es ist schwer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann auch wieder einen random Kommentar rausziehen mit dieser random, ich nenne sie jetzt einfach mal random Org, also die, die YouTube-Kommentare alle scannt und danach einfach einen Gewinner mir ausspuckt. Und kann es versuchen, ihn über die YouTube-Kommentare anzuschreiben. Aber wer mir seinen Twitter-Namen schreibt, der hat einfach eine viel größere Chance, es mitzubekommen. Also, wer einen Twitter-Account-Namen hat, lasst es mich unten wissen. Wenn ihr mir folgt, kann ich euch einfach antworten. Dann kriegt ihr von mir eine DM. Und wer keinen Twitter hat und keinen Twitter haben möchte, ja, dann macht das nicht. Dann schreibt mir einfach so, dass ihr an der Tastatur irgendwie interessiert seid. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Dann mache ich es jetzt auch wieder so. Ich hatte mir das eigentlich erst anders überlegt. Aber ich möchte ja, dass hier, ja, dass jeder hier happy ist. Ähm, wer sich jetzt sonst mit Twitter an sich im Zwiespalt ist, ihr könnt mir auch über den Dezember-Zeitraum folgen und dann wieder entfolgen. Ihr könnt auch euren Twitter-Account danach wieder löschen. Das ist in der Hinsicht egal. Mir geht es nicht darum, viele neue Follower zu generieren, sondern dass einfach die Sachen, die irgendjemand gewonnen hat, auch bei ihm ankommen. Also, LK200 gibt's zu gewinnen. Einfach für einen Kommi unten schreibt mir, sagt mir, dass ihr sie haben wollt. Dann losen wir das irgendwie aus. Die Tage mache ich am besten immer. Ähm, ich hoffe, das kann ich mir merken. Immer sieben Tage nach einem Video. Kriege ich das hin? Macht das Sinn? Vier Tage nach einem Video? Drei Tage? Drei Tage nach einem Video? Wir versuchen es mal mit... Mist, ich bin hart überfordert. Wir versuchen es mal erst mal mit einer Woche nach dem Video. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, die anderen Adventskalendertürchen zu öffnen. Vielleicht kommt ihr auch später erst zu mir. Also, ihr habt Zeit bis zum 8. ungefähr. Also, am 8. Türchen. Ihr wisst... Ach Gott. Ich quasle heute ein bisschen viel. Sorry. Ähm, als nächstes haben wir noch. Ja? Natürlich, wie gerade auch angekündigt, wieder ein bisschen Merch. Denn auch Apester hat einen eigenen Adventskalender. Und ich bin ebenfalls viermal drin vertreten. Und ich darf das Ganze einleiten. Ich bin hinter Türchen Nummer 1. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere YouTuber, andere Partner von Apester, die mit im Adventskalender drin sind. Jeder hat sein eigenes Türchen bekommen. Und dort gibt es auch immer was zu gewinnen. Das Ganze wird verlost oder halt ausgelost über Gleam. Ja? Die Seite kennt ihr bestimmt. Ähm, das ist die Seite, wo man sich eintragen kann. Ich glaube, mit E-Mail. Dann kann man seine Chancen noch erhöhen, indem man zum Beispiel einem Dalu-Card auf Twitter folgt. Also, das steht dann da in den Teilnahmebedingungen. Die kann ich jetzt noch nicht sehen. Ähm, aber ich habe das soweit schon abgesprochen, dass es eigentlich ganz cool ist. Ähm, und ansonsten könnt ihr auch einfach über Gleam euch sozusagen eintragen. Und habt dann Glück, werdet automatisch, äh, informiert. Und das geht eigentlich dann immer ruckzuck. Darum kümmert sich Apester. Die haben das drauf. Das geht rucki zucki. Und auf Apester gibt es ebenfalls einen Code. Und da muss ich ebenfalls schauen. Der hat der Finn mir geschickt. Ja? Das müsste sein Dalu-Card-X-Mess. Ja? Steht aber alles immer noch unten in der Videobeschreibung. Auch der Gutscheincode Dalu-Card für Lioncast unten steht noch in meiner Videobeschreibung. Es ist Dalu-X-Mess, also nicht Dalu-Card. Und damit bekommt ihr für die erste Dezemberwoche, also bis zum Auflösen der Tastatur, 20% auf all eure Bestellungen. Ähm, die Armbänder sind noch drin. Die College-Jacken sind zurück. Das wurde super oft gefragt. Momentan gibt es die College-Jacken wieder. Also wenn ihr sie jetzt noch haben wollt. Ich weiß nicht, wie lange sie wieder da sind. Ja? Also weiß ich wirklich nicht. Letztes Jahr waren sie ja auch. Ähm, irgendwann verschwunden. Und ich wurde super oft danach gefragt. Jetzt sind sie wieder da. Wie lange kann ich nicht sagen? Ähm, fühlt euch aber auch nicht irgendwie gestresst, dass ihr die jetzt haben müsst. Die kommen bestimmt auch irgendwann wieder. Ja? Ähm, damit ihr Bescheid wisst. Also, unten in der Videobeschreibung. Lioncast-Link. Habe auch einfach gerne in die Comments schreiben, wenn ihr die Tastatur haben wollt. Ja? Auf Lioncast 10% mit Dalu-Card. Ape-Star-Link. Zum Adventskalen natürlich. Einfach eintragen. Noch irgendwie Chancen erhöhen. Und, ähm, das Ganze geht über Gleam. Und auf Ape-Star, der normalen Merch-Stop-Seite mit dem Code Dalu-Card-Xmas, könnt ihr da einkaufen. Prozentual ein bisschen was sparen. Auch wenn ihr bei anderen Leuten einkaufen solltet, wird bestimmt auch funktionieren mit meinem Code. Ähm, Hauptsache ihr kriegt den Stuff von den Leuten, den ihr haben möchtet, zu einem unglaublich guten Preis, den es ja bei Ape-Star sowieso schon gibt. Also, ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, ja, für meine Partner, für die Leute, die ich da habe. Und, ähm, schaut morgen mal auf dem Haupt- oder auf dem Zweitkanal vorbei, wo es Türchen Nummer 2 gibt. Ich notiere mir jetzt erstmal, dass ich am 8. den Gewinner für die Tastatur raussuchen muss. Und hoffe, dass ich mich damit nicht selber überschlage. Aber, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, Leute. Checkt dann auf jeden Fall eure YouTube-Privatnachrichten oder ganz einfach eure Twitter-PNs. Da gibt's so einen riesen Infoblog, dass ihr eine PN von mir bekommen habt. Ähm, ja, Adventskalender. Es geht wieder los. Der Advents, habe ich schon gesagt, wann der Livestream ist? Habe ich über den Livestream schon geredet? Es wird noch einen Livestream natürlich geben. Der Weihnachtsstream am 22. oder am 23. wo wir wieder ein paar Stunden mit euch quatschen werden, wo wir wieder Sachen raushauen werden, wo wir vielleicht euch auch wieder anrufen werden, euch ins TS holen werden, eure Storys hören wollen und einfach ganz locker mit dem Chat quatschen. Denn der Weihnachtsstream ist für mich immer ganz besonders wichtig, denn da sind wir immer alle so, ja, ganz nah, in Anführungsstrichen, beieinander, weil man da sich einfach nur auf das Quatschen mit euch konzentrieren kann. Und wir, keine Ahnung, vielleicht räumen wir wieder Sand das Haus auf oder finden was anderes Schönes. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die anderen Adventskalendertürchen. Räumt im Dezember richtig ab auf YouTube. Irgendwie wird ja jeder was machen. Und viel Glück euch allen. Habt eine super schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018